So, richtige Freude will wohl nicht aufkommen bei den Indizes. Immerhin geht es nach oben beim DAX. Wir sehen das hier, nachdem wir das Tief hatten, 2. Mai 1715 hier oder 1730 in etwa, sind wir immerhin auf der Aufwärtsbewegung. Bisschen leidenschaftslos beim DAX, könnte man zumindest mal meinen. Ein bisschen ist wohl auch abwarten mit Blick auf Amerika angesagt. Der Grund dafür ist natürlich klar, heute Abend gibt es ein Statement und die Zinsentscheidung der US-Notenbank, der Offenmarktausschuss, der FOMC, der wird berichten darüber, nicht nur, ob das auf 5,25 wie erwartet wird, dann eben der Zins erhöht wird, sondern auch, wie es denn dann weitergehen soll. Viele fragen sich ja, oh Gott, die Bankenkrise, es sieht ja immer noch nicht ganz ausgegoren aus. Werden jetzt die Zinsen dann doch wieder etwas zurückgenommen oder zumindest mal pausiert mit den Anstiegs? Wie geht es weiter? Das erhofft man sich sicherlich heute Abend und das wird einen großen Einfluss haben auf das, was die Märkte nach 20 Uhr dann tun werden. Inwieweit macht es dann überhaupt Sinn, auf die Charts zu blicken, könnte man sich denn fragen? Das ist doch sowieso alles Hokus-Pokus, hört man immer wieder. Na gut, die Stimmung der Marktteilnehmer spiegelt sich im Chart wieder. Das heißt, natürlich, die Nachrichten, die werden wir wohl alle abwarten müssen und die Frage ist, wie reagieren die Marktteilnehmer darauf? Werden sie dann jetzt wirklich kaufen? Werden sie notgedrungen kaufen? Werden sie begeistert kaufen? Das sind alles Informationen, die wir gegebenenfalls abschätzen können. Ich sage bewusst nicht ablesen, im Sinne von genau so ist es, aber abschätzen können, wenn wir sehen, was sie aktuell tun. Und aktuell gehen sie immerhin nach oben, aber sie gehen es zumindest mal beim DAX einigermaßen leidenschaftslos. Übergeordnet würde ich nach wie vor eigentlich als beste Option das ansehen, wenn der Kurs nochmal ungefähr in diese blaue Kiste reingeht. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Die geht in etwa nur so größenordnungsmäßig 15.780 beim DAX-Future. Das Tief, was wir hier hatten am 5. April ist nochmal nicht uninteressant. Das ist ungefähr 15.600. Irgendwie sowas in der Richtung, das sind die Future-Kurse. Ihr könnt das natürlich auch auf den Index beziehen. Dann sind die Werte vielleicht ein bisschen abweichend, aber ich sage mal groß, 15.600, 500, notfalls auch 400, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre für mich überhaupt gar kein Drama als Rücksässer. Nur wenn er da drunter hinausgeht, dann würde ich mir ernsthaft die Frage stellen, was soll das? Bis dahin wäre das eigentlich mein favorisiertes Bild, auch mit Blick auf die übergeordnete Long-Richtung. Viele denken dann immer, wenn ich mal was über die Short-Seite rede, oh Gott, oh Gott, wie kann er denn über die Shorts reden? Wir reden hier von einer Interimsbewegung in einem bullischen Markt. Das ist für die interessant, die vielleicht noch nicht positioniert sind und sagen, kann ich nochmal günstiger rein? Das ist aber auch für die interessant, die schon Long sind, nämlich mit dem Hintergedanken, soll ich jetzt rausgehen oder kann ich guten Mutes noch drinnen bleiben? Weil die Bewegung, muss ich zwar mit einkalkulieren, dass die passiert, wäre aber noch kein Garaus für meine bullische Seite. Also ihr seht, ich bin nicht in super negativer Stimmung. Erst wenn wir die 15.300 beim Index, den 22. März hoch durchstoßen, dann würde ich anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Alles, was vorher ist, ist nicht ganz so dramatisch. Da müssen wir uns nicht wirklich verrückt machen. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Naja, ein bisschen ähnlich. Wir hatten übergeordnet, ich zeige es nochmal hier im Tageschart, nur zur Orientierung nochmal, haben wir ja schon gesagt, Pause wäre jetzt eigentlich angesagt. Er hat hier tatsächlich ja das neue Hoch nochmal gemacht, sodass wir auch wirklich fünfwellig hier schön hochgelaufen sind. Jetzt zählt hier nicht mehr der 22. März. Jetzt muss ich sagen, fände ich es auch noch okay, wenn er sogar ein bisschen tiefer geht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich die Marktteilnehmer vorzüglich auf eine Abwärtsbewegung vorbereiten. Ich will jetzt nicht sagen, die werden heute Abend alle so reagieren. Woher soll ich es wissen? Aber zumindest mal ist so dieser Grobverlauf, den wir hier haben in der Aufwärtsrichtung, würde jetzt eigentlich sehr, sehr gut eine Rücksetzerbewegung ungefähr bis 33.000, vielleicht bis 33.400 Minimum, 33.600 so Maximum an Ausprägung nach unten, würde der ohne weiteres vertragen und das wäre immer noch ein einigermaßen positives Bild. Und wenn sich das ein bisschen hinzieht, also jetzt nicht nur innerhalb von wenigen Minuten das Ganze passiert, dann können wir uns sogar den ersparen, dass wir hier nochmal tiefer gehen. Weil so ein bisschen suggeriert natürlich das Momentum, ja, oder sollen wir nochmal ganz runtergehen, hier Trendkanal, Unterseite. Ganz ausschließend mag ich das beim Dow Jones nicht. Aber das wird sich dann entscheiden, wenn wir durch diese Zone, die ich hier eben genannt habe, wie Butter durchlaufen, dann wäre das gefährlich. Alles, was hier wackelig in diese Zone reinkommt, sind eher Zeichen für später wieder kaufen. Für die Intraday-Freunde, ich muss sagen, vorher würde ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart nicht mehr großartig was machen, dass die Gefahr, dass es dann zerrieben wird. Weil wie sieht der Kurs aus, wenn hier die Eröffnung jetzt der Notenbank ist? Das wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein. Vielleicht jetzt nicht so in der Form, aber irgendwas ganz heftig in die eine, dann nochmal in die andere Richtung. Das neigt dazu, dass man in alle Richtungen ausgestoppt wird. Das ist genau nicht das, was man gerne hätte. Und dementsprechend mein kleiner Warnhinweis, seid ihr ein bisschen zurückhaltend. Jetzt vorher nicht mehr unbedingt aktiv werden, wartet die erste Bewegung ab und handelt dann entsprechend der Maxim, was ist die starke Seite, was ist die schwache Seite. Aber übergeordnet durchaus diese Box hier im Hinterkopf, dass diese nochmal erreicht wird. Nicht zwangsweise allerdings jetzt vorher schon auf Short gehen, um Himmels Willen. Das ist ja eine Korrektivbewegung bis dahin. Nur wenn er dann im Kleinen, ich gehe jetzt mal hier auf den S&P 500, wenn er im Kleinen dann hier irgendwie sowas macht, hier wackele ich dann hoch, ja dann kann man natürlich shorten. Das ist gar keine Frage. Das ist ja unser klassisches Bild, über das wir immer wieder reden. Wenn ihr irgendwo eine starke Seite habt ohne Kursüberschneidung, eine schwache Seite habt mit Kursüberschneidung, dann ist es wohl eher die Abwärtsseite. Das Ganze gilt auch hier. Hier ist mal so ganz grob die 4070 eine Marke, die ich im Blick haben würde. Da dieser Punkt höher ist, genauso beim Dow Jones, der Punkt ist höher gewesen jetzt hier am 1. Mai, zählt für mich nicht mehr die 22. Märzmarke. Die ist für den DAX noch interessant, aber hier nicht mehr. Für mich wäre jetzt absolut in Ordnung, wenn der Kurs auch da drunter geht. Allerdings auch hier gilt, ich kann die Zone nochmal einzeichnen, tiefster Punkt, höchster Punkt, normale Rücksetzer sollten irgendwo hier landen und, damit es bullish bleibt, sollten korrektiv sein. Also ihr habt jetzt zwei wichtige Informationen, nämlich ungefähr die Zone, wo ein Rücksetzer noch nicht schädlich wäre für den Bullenmarkt. Das wäre ungefähr 4070, ein bisschen höher, 4080 von mir aus, bis unter 3970 in etwa. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Rücksetzer schädlich ist von der Höhe. Wichtig aber auch, dass es korrektiv ist. Also bitte nicht jetzt so runterplumpsen lassen, sondern idealerweise dann schon irgendwie so, damit es dreiwellig oder von mir aus irgendwie mehrwellig ist mit Kursüberschneidung, damit das auch klar korrektiv ist, damit wir nicht den Eindruck haben, dass die Dynamik stärker ist. Insbesondere beim S&P müssen wir nämlich sagen, dass diese Dynamik mit den vielen kleinen und größeren Überschneidungen, aber auch auf Tagesebene noch nie so richtig toll ist. Also ich sehe, dass beim S&P die Marktteilnehmer noch sehr ängstlich sind mit dem aus dem Fenster lehnen Verkaufen. Und das ist kein gutes Zeichen. Wenn jetzt noch blöde Nachrichten kommen, sind die nämlich ruckzuck dabei und sagen, ich habe es immer gewusst, ich gehe da lieber raus aus dem Markt. Ja, also seid da nicht zu übereifrig. Übergeordnet, ja, alles Bullenmarkt. Ich weiß, die Welt ist heute ganz anders, sagen ja immer alle. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Inzwischen macht er in die Notenbanken, werden den Markt schon mit Geld überfluten. Ja, warten wir mal ab. Von der geopolitischen Seite, dass möglicherweise eh der US-Dollar ganz schön vakant wird bald, weil viele Länder sagen, ich brauche gar nicht mehr so viele US-Dollar vorzuhalten, weil meine größten Handelspartner Währungen akzeptieren, die gar nicht mehr mit dem US-Dollar zu tun haben. Davon mal ganz abgesehen. Also da bin ich noch mal gespannt, wohin das Ganze führt. Aber ein anderes Thema und für einen anderen Videobeitrag relevant. Gucken wir zum Nasdaq noch mal einmal rüber. Der hat ebenfalls ja seine etwas eigenartige Aufwärtsbewegung seit dem Oktober eigenartig, deshalb wegen der vielen auch hier überschneidenden Rücksetzer. Ich bin damit nicht sehr zufrieden. Da erzähle ich euch aber nichts Neues. Das habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, dass ich das nicht so richtig toll finde. Im Moment allerdings muss man sagen, dass die Aufwärtsbewegung auch hier im Vier-Stunden-Chart einfach die stärkere ist und dementsprechend Bewegungen wie diese hier einfach eher als eine Korrektur in der Aufwärtsbewegung zu sehen sind, mit anschließender Fortsetzung nach oben. Und für die Kürzerfristigen vielleicht ein interessantes Szenario. Das hier der Vier-Stunden-Chart für den Nasdaq. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5 gelaufen. Jetzt hier dann so eine A, B, C. Wo sollte das dann hinführen? Tiefster Punkt, höchster Punkt, Fibonacci in diese Kiste. Und wer sagt, da waren wir doch schon. Ja, aber das ist nicht korrektiv. Diese Bewegung korrektiv wäre das. Also insofern, wenn das so aussieht, dann wären das gegebenenfalls nochmal Long-Einstiege oder auf kleinerer Ebene, wenn ihr denn mögt, hier im Viertelstunden-Chart, 5-Minuten-Chart, wären das Einstiege für die Long-Seite. Durchaus denkbar, dass wir im Laufe des heutigen Abends so was, vielleicht so was, dann heute Abend oder in den nächsten Stunden dann noch miterleben. Und dann wird hier irgendwo entschieden, in dieser Grobzone, die ist von 13.000 bis 13.000, naja, sie müsste eigentlich schon hier drunter liegen. Also ich würde eigentlich fast schon sagen, man müsste, jetzt habe ich hier viel reingeklärt, man müsste diese Zone, das ist ja die allgemeine Korrekturzone, aber nachdem wir ja schon Info haben über den vorderen Teil, würde ich fast davon ausgehen, dass die Zone für das endgültige Stück, also das nach dieser Pause da, irgendwo liegt zwischen 13.100 und 13.000. Das ist nur mal so ein Best Guess, einfach so als Groborientierung, wie das typischerweise aussieht, denn wir müssen ja noch mal einmal tiefer als diese Marke, damit wir hier dieses fallende Hochs, fallende Tiefs, dann ist das immer ein bisschen besser zu verorten, wo wir da gerade stehen. So, ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Vor den Terminen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich habe den Eindruck, dass die Marktteilnehmer aktuell nicht super begeistert sind, also dass sie jetzt voller Vorfreude da sind und sagen, nee, nee, wir rechnen schon damit. Das heißt, eine positive Überraschung ist natürlich möglich und kann dazu führen, dass der Markt enorm steigt danach. Aktuell sind die Marktteilnehmer scheinbar etwas skeptisch, weil es sind alles eher diese Korrekturmuster, die im Moment da gerade laufen. Deshalb würde mich das nicht wundern, dass wir das noch mal einmal ausreizen. Sind die Informationen, die wir aber da kriegen, jetzt auf einmal super toll und die Fed sagt, hier komm, super easy Money und Zinsen runter und alles Mögliche, dann kann es natürlich sein, dass auf die etwas schlechte Stimmung, die wir jetzt haben, das ist jetzt keine wahnsinnig schlechte Stimmung, aber auf die etwas gedrückte Stimmung, dass dann die Begeisterung durchschlägt und dann der Kurs eben massiv nach oben schießt, das halte ich für nicht ausgeschlossen. Insgesamt sind wir nämlich nach wie vor in einem Bullenmarkt und da ist vorläufig auch mit diesen Rücksetzern, die ich euch gezeigt habe, noch nicht wirklich zu erkennen, dass der Markt hier da sein Ende gefunden hat. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.